BASCHU! Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Video, meine Freunde. Ihr seht schon, meine Freunde, was ich alles neben mir stehen habe. Das sind hier ganz ganz viele Tastaturen, ein kompletter PC, Mäuse von Rocket, Headsets und so weiter und so fort, meine Freunde. Das ist jetzt keine Weihnachtsverlosung, sondern vielmehr ist das das Zeug, was ich für in 24 Stunden Charity-Leistung brauche. Ihr seht hier unten aber eingewendet, meine Freunde, der Charity-Leistung findet am 27.12. um 18 Uhr statt. Wie gesagt, wir sammeln für eine Gemeindezugorganisation in Afrika und eine Organisation hier aus der Nähe. Was für Organisationen das genau sind, erkläre ich euch dann im Stream. Das Interessante dabei ist aber für euch, meine Freunde, dass ihr eine Menge gewinnen könnt. Leider Gottes nicht diesen Power-Rash, also den müssen wir wieder zurückschicken. Ich muss hier aber trotzdem noch ein riesiges Shoutout an die ganzen Sponsoren raushauen. Sprich an Rocket, an Lieferanten, CLS-Computer und so weiter und so fort. Also nochmal ein riesen, riesen Shoutout an euch. Vielen, vielen Dank, weil die finanzieren uns quasi den ganzen Stream. Denn jetzt müssen Leute auch Hotels gebucht bekommen, jetzt wird die Anreise bezahlt und wir möchten natürlich auch ein paar Sachen zum Verlosen haben. Dementsprechend nochmal ein riesiges Shoutout an die ganzen Firmen, die das quasi ermöglichen, meine Freunde. Wie gesagt, dieser komplette Stream ist zu 100%ig wohltätig. Sprich sämtliche Spendengelder, sprich sämtliche Sponsorengelder. Alles wird zu 100% weitergeleitet an die gemeinnützigen Organisationen. Dementsprechend gönnt euch da einfach mal ein, lasst einfach mal 10 Euro da. Ich glaube, das tut den Organisationen ganz gut. Wie gesagt, meine Freunde, es gibt auf jeden Fall für euch richtig fette Sachen zu gewinnen im Stream. Ihr könnt richtig viele Molte, Tastaturen, komplette Sets gewinnen. Wir haben richtig krank viele Spiele einfach gekauft, meine Freunde. Wir haben 20 mal CSGO, wir haben Playstation Network Cards, wir haben Xbox Karten. Also wir haben so viel kranken Scheiß für euch gekauft, meine Freunde. Es gibt Premium zu gewinnen, die Tastaturen, Merchandise gibt es zu gewinnen. Also es gibt halt echt, wie gesagt, eine Menge zu gewinnen in diesem Stream. Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist lediglich zuschauen und vielleicht, wie gesagt, einfach eine kleine Donation für die gemeinnützigen Organisationen da lassen. Am Summit hatte ich ja eine Weihnachtsmütze auf, Leute. Heute ist ja bekanntlicherweise der 24.50. Ich hab leider keine, deshalb brauchen wir einfach diese Scheißhausmütze hier von Freddy, beziehungsweise diese Mütze. Ähm... Ja... D... Was soll ich sonst noch sagen, meine Freunde? Dieses Video ist relativ improvisiert, wie ihr vielleicht merkt, denn ich bin selber ein Weihnachtsstress. Ich möchte einfach nur Folgendes an euch loswerden, meine Freunde. Gönnt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit der Familie an Weihnachten. Ich kann das nicht ernsthaft rüberbringen, wie ich diesen Hut dann hab. Gönnt euch auf jeden Fall echt ein bisschen Zeit mit eurer Familie an Weihnachten. Mein Handy ist zum Beispiel gestern kaputt gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm finde ich es jetzt gar nicht, weil ich dann tatsächlich endlich mal Zeit mit meiner Familie verbringe und nicht die ganze Zeit am Handy hänge. Vielleicht tut ihr das auch so, keine Ahnung. Ich will jetzt auch hier gar nicht der große Moralapostel sein, meine Freunde. Das Einzige, was ich euch mitteilen möchte, ist, dass ich euch allen eine wunderschöne und friedliche Weihnachten wünsche, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Noch mal ein riesiges, riesiges Dankeschön an jede und jeden Einzelnen von euch, dass ihr mich die ganze Zeit so krass unterstützt, meine Freunde. Ich wüsste halt wirklich nicht, wo ich ohne euch wäre. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich wäre ich einfach in einem langweiligen Bürojob und würde darüber fantasieren, mir jeden Tag das Leben zu nehmen. Ich bin euch da so unendlich dankbar für meine Freunde. Und das ist für Sato für mich das größte Geschenk auf Erden. Und quasi das seid einfach ihr. Ja, ich würde sagen, ich hab damit genug geschrieben, meine Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall echt einen schönen Heiligen Abend. Wenn ihr keinen Weihnachten fallet, wünsche ich euch trotzdem ganz, ganz besinnliche Tage. Und trotzdem, lasst ein bisschen Ruhe einkehren, meine Freunde. Hängt vielleicht nicht so viel am PC. Chillt einfach mal ein bisschen. Kackt mal auf unsere Videos. Macht ein bisschen was mit eurer Familie, Leute. In diesem Sinne, meine Freunde. Das war's für diesen kleinen Update-Video. Ich hatte einfach Lust, das so an euch anzutragen. Wenn ihr Bock habt am 27.12., wie gesagt, ist der Live für meine Freunde. Und das war's mit diesem ganz, ganz kleinen Video. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß am Heiligabend. Und ja, schönes Weihnachten für euch und eurer Familie. Macht's gut. Ciao.